Ich weiß nicht, ob das ich schaffen würde. Ja, entweder aus. Oder wie der Gascontainer explodieren. Weißt du, weißt du, was das ist, Max? Ich hätte mir auch gestummt. Ja, was denn, was denn? Nee, weiß ich nicht. Der Modus. Ähm. Du hast zwei Seiten. Die einen müssen mit Snipern die anderen abschießen und die anderen müssen ein Hindernisparcours schaffen. Da haben sie von Snipern geschossen werden. Okay, okay, da sehe ich mich. So, Team 2, Wette. Was haben wir denn? Du bist wieder, Markus, du bist Max. Okay. Ja, jetzt habe ich vergessen, ich will Gewinnrunden nicht eingestalten. Drei, glaube ich, waren es. Drei waren es. Gut, das passt ja. Was ist der Kord interessant, finde ich? Ist das der Cap gesorgt? Ah, wieder Max und Markus. Okay, wir sind die erste Sniper. Schneider. Tad. Ach, die Scheiße. Schießen von hinten. Ich stehe da drauf. Martin. Ein von neun von zehn. Der war geil. Wo sind sie denn? Das war doch ein Kopfschuss, oder? Ja, das war instant. Alter. Das ging so schnell, ich konnte nicht mal bei dir nachgucken. Ihr hättet gerne gesehen, wie ich umgefallen bin. Ich habe einfach nur gehört, die zielen ja von hinten, da habe ich euch da unten rennen sehen. Zack, der erste Schusstreffer. Das ist ja geil gemacht, die Map. Alter, ist das verwirrend. Das ist ja geil, Markus. Die Map hast du gut ausgewählt. Nee, du kannst von zwei Seiten angieren. Alter. Das ist voll verwirrend. Ihr kommt an der einen Seite rein, dann auf der anderen Seite raus und dann links und oben oder eine Etage und... Oh! Start, Marki. Jetzt hat sich da morgens auf mich konzentriert. Naja, weil ich gerade schon ziemlich weit bin. Kevpangst. Ich weiß. Hab's schon mit durch. Marki, einfach... Marki einfach anders. Marki einfach anders. Also ich habe gar nichts gemacht. Wenn du oben bist, kommst du nie weiter. Ich glaube, in der Mitte wäre ein Tor gewesen. Da ist aber Kev dran vorbei gerannt. Na durch, das wird Hans durch dort hinten, ne? Ja, scheiße. Okay, da wäre es eh vorbei. Wow. Aber der ist so, der weiß zu, Alter. Ich habe nur gehört, die schießen ja vor den. Ich ziehe da unten. Erster Schuss. Puff, ey. Das war, das war, äh, ja. Ein richtig fetten Nackenglatscher, Alter. Du nicht. Du. Nicht. Die schießen ja von hinten. Die kommen ja von hinten. Jetzt kann man die Parade-Disziplin. Nö. Ich treffe nichts, ne? Alter, aua. Ich habe Markus getroffen. Ich lieb. Pssst. Markus getroffen. Aua. Wir nehmen keinen Schaden, der Hund. Aua. Vielleicht zwei auf einmal, ey. Wie weit oben sind wir denn eigentlich jetzt hier? Vorletzter bin ich gerade. Oh, jetzt muss ich nachladen, so ein Mist. Ach, Mann. Oh mein Gott, das hat weh getan. Weh getan. Weh getan. Markus ist durch. Einmal, aber so armig tot. Durch. Hey, der ist durch. Oh, zu hoch. Oh nein. Jawoll. Oh, ha, ha, ha. Oh, im letzten Moment, der gehört nicht. Aber der Kopf, ich höre den Jet. Ja, so. Behörden muss man ja nur sehen. Mann. Das hört sich nicht sehr gut an. Marky? Marky? Ja. Aber das war auch ein Headshot, Max. Kann man einfach so umgehen. So. Jetzt. Ah, jetzt. So, das ist auch. So, das ist auch. Jupp. Das ist mal klarkommen, hier wird doch... Das ist mal klarkommen, hier wird doch... Das ist mal klarkommen, hier wird doch noch wegrennen. Marky, wenn ich mal einfach World Ways sind, einfach rein, nein, die Masse. Okay, verschwindet man, so. Wenn wir zu zweit gewesen wären. Achso, ich darf nicht sagen. Achso, ja, Max, wenn wir tot sind, dürfen wir nicht mehr sorgen, wo wir sind. Also, wir können schon was sagen, aber keiner, keine... Der gibt ja jetzt nicht, also, das gibt ja nicht, das zu viel verraten kann. Ich bin also tot. Boah, Alter. Ja, das ist... Und zwar hat das damit zu tun, wenn du jetzt... Wenn wir jetzt... Aber was warnt das immer? Das ist bei Deathmatch oder so. Ja, bei Team Deathmatch, genau. Last in Standing und so. Okay, dann kommentiere ich ein bisschen in meinem Stream. Genau, aber klär mal, wie ich hier so scheiße fliege. Jawoll! Alter, ich habe die Angst, dass man schweiß da, dass man es will. Respekt. Respekt. Der war gut. Den hätte ich niemals gedacht, dass ich da wischte. Aber es war auch recht. Guckt euch das an, meine Damen und Herren. Es ist ein seltsamer Tag. Ja, na gut. Na gut, dass ich eine Streppe, das wundert mich jetzt überhaupt nie. Das ist ja auch noch nicht deine Aufgabe gewesen. Nein, weil der Charakter einfach noch nicht dafür ausgelegt ist. Ja, ist er noch hier. Was hat denn der? Frisch. Der ist noch frisch. Frisch geboren. Das war Level 120, aber das Level hat er gekriegt automatisch. Wieso Peter Griffin oder was? Naja, wenn du über 200 oder 300 hast, kriegst du beim Zweckcharakter Level 100. Ach so. Sehr dumm. Gott sei Dank, ey. Außer wirklich auch nur einen Lucky Shot, muss ich sagen. Mist, kein zweites Mal geklappt. Ne, ne. Oh, Alter. In die Wand. Jo. Au. Das war ein Hit. Ja. Aua. Das war ein Hit. Aua. Das war ein Hit. Kommentierst du jetzt jeden Hit, den du machst, oder was? Mist. Das ist Alter, Junge. Das springt da drüber, der Sack. Den hab ich. Hm. Kev, denk dran, dass du oben wieder durchlaufen musst. Ja, ja, jetzt weiß ich's ja. Ich hab noch so viele Etagen nicht abgeladen. Ich spiel jetzt fast durch. Was war denn das? Was war denn das? Das Ding. Das, äh. Okay. Du hast hinten Jets, du hast Jelorian, du hast Jets. Äh, Quatsch, und, 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 äh, Oppressor. Jelorian und Jets, ja. Das lustige ist, ich kann mit allen drei nicht umgehen. Alter, ich merke, du, wie sind denn hier alles einschlägen? haha. Haha hahaha. Neue Frage, wie steuert man die Hydra, als ich zumindest kriegt man die in den Secret, in den in den Hebefilm, oder das das ist älter Schießen, ach ja doch. was recht und dann wieder wechseln oder was es käft gestattet das hat er sich selber umgebracht nene alles gut aber zu wechseln ich kann mich nicht umgehen ich kann ja nicht das ding ja noch nie geflogen sieht man ja was soll ich dazu sagen das ist auch noch jetzt gut glück wenn ich da was treffen sollte es wird viel mit dem oppressor ja auch halt aber auf damit zum wechsel man controller ich bin selber ich habe gestört aber warum nicht das sieht doch ob jetzt hier aus was es fern mit dem delorean macht ja ja Okay, kann er doch machen. Ich glaube, das war einer von dem. Ach, scheiße, ich wollte gerade schießen. Hast du erwischt? Ja. 2-1 war ich. Weil ich gerade gelenkt habe, anstatt zu schießen, ich bin ein Idiot. Ach, wann? 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 In den entscheidenden Momenten sticht der zu. In der Ruhe. In der Ruhe. In der Ruhe. In der Ruhe. In der Ruhe gar nicht. Dann, wenn es die Frauen nicht erwarten sollen. Ja. Aber ich muss mal sagen, die Map ist wirklich gut, ne? Mhm. Willst du noch die letzte? Die kurze? Die war scheiße. Da steht ein Panzer. Okay, dann über den. Da hat Enrico dann schön den Dings genommen, den Koruma und den Pepp ist mit dem runter auf der Mutterhaube. Ja, da habe ich auch kaputt gelacht. Ja, wo ich den runter geschubst habe. Ja, genau. Richtig. Ach, das war nicht. Genau. Das war nicht. Das war nicht. Das ganze Ding nochmal probieren. Ich bin ein bisschen lang. Ich kriege hier wieder so ein Lackshot hin. Alter. Ich sehe es nur wie ich an Max Füße so ein Schuss einsteigt und bing. Ja, Marky, ich bin gleich weg. Jungen, die haben einen Aim, das ist so... Ja, Digger. Ich raste schon mehr aus hier. In der dunklen Stunde. Da fällt er um. Das ist einfach nur Karma. Das ist einfach so. Aua. Oh! Also, alle drei jetzt auf mich, Alter, ist das ein Feeling. Gut. Hups! Aber.... Oh, jetzt musste ich werfen. Jetzt mal nachladen, wenn er an den Ecken ist denn? Er hat gesessen, aber leider zu niedrig. Jetzt nimmt er sich noch sein Null. eine panzer um marcus gut kommt raus du willst es auch normalerweise sagst du mal komm rein aber 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 er hat nichts mehr er hat nichts mehr leben ja da holt sich doch jetzt gerade wieder snacks wahrscheinlich ja der frisst jetzt wahrscheinlich das wars abwarten ich kann aber nicht dass das gleiche heute heute sind wir jetzt gerade also über so was das kann der druck und ich sollte ja ich war dann darauf vorbereitet werden kann 2 kommt auch alter was war das denn müssen was einfach stark gemacht da war weiter der gitter richtig hat der heute kann es alle drei die ganze zeit nicht schlecht dabei ich war auch dabei ich bin der rufe ist immer dabei was trinkst du eigentlich immer energy drink oder also den aufnahmen die ganze zeit jetzt aber auch beim intro erst mal die flasche auf die büchse auf alter verwalter ich komme da hinten nicht weg momentan was haben wir denn hier jetzt bock als häuschen das kommt uns ja bekannt vor